So, wir sind hier im Premium-Bereich. Das ist eine matte Broschüre auf einem Silkepapier, Oberfläche, mehrfach beschichtet. Hier geht es um die Farbbrillianzen von Flächen, von Farbflächen. Wenn Sie Ihren Fachmann, Druckfachmann vor Ort fragen, Sie wissen, der weiß, farbliche Bilder sind einfacher zu drucken wie Flächen. Das ist eine spezielle Anleitungsbroschüre der Lebensmittelindustrie und auch im übrigen Teil sind natürlich geht es hier nur um Flächen. Der Kunde hat vier verschiedene Hausfaden, die er sehr, sehr flächig abbilden will. Ich möchte hier noch mal rein zoomen, um Ihnen noch mal eine Schärfe und Brillanz zu zeichnen der Abbildung.